Mann, ihr seid doch so eine Ärsche. Oh! Oh, mein Sack! Uh! Dieser Moment, wenn du deine Pistole einstecken willst. Oh! Da waren aber zwei. Vorhin. Biotech. Verdammt, ey. Was mit der Firma hier passiert. Vorher waren hier zwei. Die können nicht rausgekommen sein. Hä? Die waren hier. Das ist aber sehr merkwürdig. Vorher sind hier genau diese zwei gewesen. Okay. Wir gucken mal hier. Alles freigeben. Wir kriegen immer eine höhere, bessere Stufe. Sicherheitsstufe. Und jetzt können wir uns das freispielen, um da reinzukommen. Und vielleicht noch bessere Sachen zu bekommen. Oh! Das wäre doch gut. Aber warte mal, hier war das mit durchsuchen. Hier. Perfekt. Perfekt. Nein! Okay. Let's go. Nicht, dass ich dabei irgendwie von Zombies aufgefressen werde. Was ist das denn da eigentlich? Guck dir das mal an. Achso, das Exit. Okay. Um da reinzukommen. Oh, oh, oh. Guck mal an. Security-Raum. Schränke. Da können gute Sachen drin sein. Okay, let's go. Scheiße, ich wollte lieber gedrückt laufen. Damit ihr es auch besser seht. Aber gut, egal. Alles klar, dann machen wir mal ernst. Das ist wirklich so komisch, ein Spiel im Spiel zu spielen. Vor allem bei VR. Wir schaffen es. Was ist hier mit? noch mal wir können es natürlich auch so probieren das wäre halt scheiße nein es wäre eine abkürzung halt das mal so probieren da kann man bestimmt auch so schaffen aber vielleicht jetzt mal mit abkürzung doch check ja ja alles klar oh ach ja wir sind ja in der zombie apokalypse scheiße was okay sauber guckt euch das an wir haben es geschafft wir sind hier jetzt haben wir hier auch noch mal schön donut lecker funkgerät kamera das sieht aber alles gut aus das sind nur zwei drei vier kameras ausgefallen okay 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 so hier akten in den akten ist munition gut dass ich da reingeguckt habe alles von freeman alles von freeman oh gut man bin ich sehr satt von tabletten ui wieder das große ding ist mir zu leise es muss einfach richtig bumm ne oh ok muss testen auch ne halt ist schon besser ok das haben wir das haben wir was warum kriegst du nicht auf gucken wir mal an und die muni können wir gebrauchen danke zack oh wieder muni ja und was ist hiermit vielleicht kann ich hier aufbrechen ach achtung ja ok ich hab nicht Achtung! Das soll wahrscheinlich einfach nur spannend bleiben. Mann, ihr seid doch so eine Ärsche. Oh! Oh mein Sack! Dieser Moment, wenn du deine Pistole einstecken willst. Und aus Versehen auf den Abzug drückst, wenn sie eingesteckt ist. Oh, aber ein Glück ist passiert, sonst hätte ich das nicht entdeckt. Oh! Aua! Ui, ui, ui. Okay. Alles klar. Wir haben jetzt immer noch krasse Waffen, Alter. Richtig krasse Waffen. Die sollen mal kommen, ey. Ganz ehrlich. Die sollen wirklich kommen. Am Arsch sind sie. Komplett. Wir sind ready. Können wir jetzt aber auch gut gebrauchen, Alit. Wenn wir jetzt da reingehen. Okay. Okay. Ready, ready, ready. Wir sind ready. Wir sind harte Purschen. Okay. Die Maske. Wir sind hier. Ja. Die Maske. Wir haben schon mehr als genug. Oh, oh. Okay. Ziehen wir gleich auf. Wir haben noch mehr. Was? Ich will da rein. Mann, oh. Guck mal, hier. Wir haben ein Armschweinchen. Da können wir rein. Oh Gott. Nein. Oh nein. Diese Schweine. Was haben sie getan? Wir haben auch immer Notlösung. Wir haben die Waffe. Dann können wir schnell greifen zur Pistole. Auch wenn wir da nicht mehr so viel haben. Oh, ich hoffe, die Sicht wird jetzt eingeschränkter sein. Das wäre geil. Wie geil. Wir haben dann noch die Pistole und dann haben wir noch Shotgun und alles. Let's go, Baby. Seid ihr bereit? Let's go. Mann, Mann. Der hätte es aber auch ein bisschen eingeschränkter machen können. Ehrlich gesagt. Ich kann ihn mir auch wieder abziehen. Geil. Aber ich hätte so ein bisschen mehr gewünscht, dass man mehr Rand sieht und so. Auch oben rum und so. Ach. Ist ja einfach nur verdunkelt. Leider. Okay. Ich finde das so geil. Zack. Das hier haben wir und das drüben aber auch. Okay, wir gehen rüber. Bill, ich bin jetzt in den Laben. Ich brauche, dass ich mich durch diese Partei. Es gibt ein paar Valfe, die ihr braucht, um zu verhören. Vier in allem. Nachdem ihr alle Valfe verhören, der Luftverbander sollte das schrecklich toxistische Gas aus dem Luft verhören. Alles klar. Wir haben eine Maske. Wir haben eine Maske. Was? Oh, guten Tag. Ich fand es komisch, dass du dort. Hä? Ach so, doch. Dann kann man doch weiter nach da laufen, ne? Dann ist man auch dort. Na los, komm. Wo bist du? Biotic. Biotic. Biotic, the future. Sieht man. Guck mal, weg ist er. Der Sack. Shit, shit, shit. Shit, shit. Also unsere Taschenlampe hilft schon. Guck mal, wenn wir die aushätten, dann wäre es so. Boah. Special Einheit. Hä? Hä? Schwein wieder. Schweine. Ihr Säue. Ihr Schweine. Okay. Hier ist wirklich alles sauber. Oh, eben vorhin war doch einer da. Geh weg. Okay, okay. Alles gut, alles gut. Alles gut. Alles gut. Wir hören's ja, wenn jemand kommt. Ist ein Glück nur eine Tür? Na gut. Ja, trotzdem. Können wir nichts finden. Ist ja immer nur Gesundheit. Oder ein bisschen Muni. Aber Muni ist wichtiger. Hauptsache ist, wir sind gut ausgerüstet. Empty. Okay, let's go. Nein. Die letzten Schweine. Alles voll. Hä? Vielleicht wurde es durch die Schweine übertragen, irgendwas. Weil sie Tests an denen gemacht haben. Och Mann. Guck mal, hier kann man noch mehr durchsuchen. Oh, das geht mir aber jetzt auf den Sack, weil da kommt meistens hier, sieht man schon. Es wird nur Gesundheit kommen. Siehst du? Nee, jetzt könnt ihr das verhessen, glaube ich. Mann! Nichts wieder. Okay. Ey, hier ist alles ruhig, ne? Aber alles verpestet hier, die Luft. Die ganze Luft ist verpestet. Let's go. Das geht hier alles länger als gedacht, aber ich brauche auch immer so lange. Weil ich so alles durchsuche. Aufmachen. Okay. What the fuck? What the fuck? Was ist das? Oh, dass hier auch alles leer ist. Hier ist niemand. Heilige Scheiße. Wir haben mehr als genug Gesundheit, ey. Okay, weiter. Hä? Guck mal, und hier kann man auch wieder zurück. Wir treffen hier auf keine Gegner? Als wir aus Spaß reingegangen sind? Oder weil wir nicht mehr zurück konnten? Okay. Da sind wir auf vier Leute mindestens getroffen. Na gut, denn halt nicht. Okay, alles sauber. Haben wir Glück. Nichts, nichts, nichts. Nur tote Schweine. Da war was. Achso, ist auch meine Hand. Okay. Und weiter. Der Hebel. Jetzt mal gucken, ob hier alles sauber ist. Wo sind denn die ganzen? Sind weg? Puh. Der fragte doch, ob wir Hilfe brauchen. Hier ist gar keiner. Ja. Okay. Okay. Okay, das noch. Zumachen. Und der Hebel noch. We're back in business. Nice work. That should be everything, but, uh, I'm not sure if I'm reading this correctly, but apparently there's another lower sub-level. I didn't even know this existed before now. Another level? What do you mean you didn't know it existed? Top security tier is my guess. Apparently the origin of this whole lockdown didn't start at your location at all. Its origins are somewhere deep underground. If we don't deal with the source of the problem, the events we've been undoing are bound to repeat. So, we'll have to act fast. I'm heading there now. Take the elevator down and see where it goes. I'll meet you there as soon as I can. Bill, be careful and watch yourself. See you soon. Alles klar. Es gibt noch eine Sicherheitsstufe, von denen aber keiner wusste. Die höchste aller höchsten Sicherheitsstufen. Von denen aber niemand was wusste, dass es die überhaupt gibt. Hm. Bio-Tag. Oh, die scheiß Werbung. Okay, die höchste Sicherheitsstufe. Was haben die da versteckt? Ich glaube, jetzt finden wir erst das Richtige. Secret Labs. Today just keeps getting better and better. I just stumbled upon the body of what I think was Dr. Faye, a top-tier scientist at Biotech. Looks like she was writing something on her PDA when she was killed. It reads like some sort of whistleblower confession. Apparently, they've been doing pretty terrible human experiments down there. So extreme, she felt it was necessary to try and shut it down. I think she might have triggered the lockdown. In fact, she was trying to bring down this entire facility. Christ. Why didn't she just go to the cops? Apparently, when she confessed her intentions to a fellow scientist, he physically attacked her. And in the process of defending herself, she actually managed to accidentally kill the guy. Pushed him into some cooling pool and he was sucked into an intake machine. Things overheated and it triggered the gas ruptures upstairs. The initial cause of the lockdown must be in the cooling room. Well, that helps solve the lockdown mystery. But what about people going crazy? Rabid? I don't even know what to call it. She mentions that she was going to process the cure and escape with it, but then the shit hit the fan. She doesn't mention anything about people turning cannibal, but the note wasn't finished. Maybe that's what the cure fixes? It's the only hope we have at this point. I'll give you a call when I make it to cooling. Keep yourself safe, Bill. It's going to make me look like a real asshole if my boss dies on my first day. Okay, wir haben da Tests gemacht unten. Oh, fucking. Warum nicht sie einfach zu den Tieren? Heilige Scheiße. What? Die haben da Versuche gemacht und was weiß ich, was für kranke Scheiße. Und da war jemand drin, der wollte das alles öffentlich machen oder stoppen, besser gesagt. Heilige Scheiße. Heilige Scheiße. Was ist denn hier passiert? Guck dir das an. What the fuck? Ach du Scheiße. Uhhh. Uhhh.